Was geht ab Leute, es gibt heftige Neuigkeiten und zwar hat sich Bushido zu Wort gemeldet, denn der Junge ist zurück und es stand ja schon lange im Raum, dass CCN4 kommen, weiß nicht mehr wo ich es gehört habe, aber irgendwo stand es schon mal im Raum. Ohne Ankündigung, ohne Promo, haut der wieder das Album aus. Bushido hat das Ganze auf Instagram veröffentlicht. Lange war es zurück, ab sofort könnt ihr CCN4 vorbestellen. Seid ihr auch der Meinung, dass es reißt mit LALALA und LELELE? Schreibt es in den Kommentaren und verbreitet die Freude-Botschaft. CCN4 Bushido. Heftig. Also privat kenne ich Bushido nicht, dementsprechend halte ich mich daraus. Die meisten reißen da irgendwelche Polizei bitte. Musikalisch gesehen hat Bushido den Rap auf jeden Fall gegeben. Ich denke, es wird ein geiles Album, auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass Bushido zurück ist. Sehr, sehr geil. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Album und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Bushido wieder back ist. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn euch die Botschaft gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und erzählen wir uns im nächsten Video. Peace. Bis zum nächsten Mal.